Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. YouTube-Star Drew Frati spaltet Indien vor der Wahl. Indiens bevorstehende Wahlen, der Bildungsrevolutionär von YouTube. Im Kontext der bevorstehenden Wahlen in Indien tritt eine ganz besondere Persönlichkeit in den Vordergrund, der YouTube-Erzieher. Dieser setzt sich leidenschaftlich für den Zugang zu hochwertiger Bildung in ganz Indien ein und nutzt dazu die weit verbreitete Plattform YouTube. Der YouTube-Erzieher, auch bekannt als Khan, ist der Gründer einer gemeinnützigen Online-Plattform, die qualitativ hochwertige Lerninhalte kostenlos zur Verfügung stellt. Diese Plattform, bekannt als Khan Academy, hat Millionen von Schülern auf der ganzen Welt geholfen, hochwertige Bildung zu erhalten, indem sie interaktive Lernvideos auf YouTube anbietet. Die Beliebtheit der Khan Academy in Indien ist bemerkenswert. Nach Angaben des Bildungsministeriums nutzen etwa zwei Millionen Schüler in Indien die Ressourcen der Khan Academy, um sich auf wichtige Prüfungen vorzubereiten oder einfach nur, um ihre Kenntnisse in bestimmten Themenbereichen zu erweitern. Aber was hat das mit den bevorstehenden Wahlen in Indien zu tun? Ein wichtiger Faktor sind die spaltenden Meinungen zu Bildungsreformen im Land. Khan als ein prominenter Verfechter von Bildung als Grundrecht könnte in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielen. Einige kritische Stimmen sehen ins Arbeit jedoch ein Symptom des Versagens des indischen Bildungssystems. Sie weisen darauf hin, dass die Popularität der Khan Academy nicht nur auf die Qualität ihrer Ressourcen zurückzuführen ist, sondern auch auf das Fehlen von Alternativen in einem System, das viele Schüler im Stich lässt. Auf der anderen Seite betrachten viele Khans Arbeit als revolutionär und sehen in seiner Initiative einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Bildungsqualität in Indien. Nicht zuletzt bringt die Popularität der Khan Academy und Khans Engagement für Bildung das Thema stark auf die politische Agenda. Bildungsreformen werden daher sicherlich eine wichtige Rolle in den politischen Debatten rund um die bevorstehenden Wahlen spielen. Khans Einfluss auf die öffentliche Meinung und seine Rolle als Vorbild könnten dabei von besonderer Bedeutung sein. Die nächsten Wahlen in Indien werden somit nicht nur politische, sondern auch bildungspolitische Entscheidungen von großer Tragweite mit sich bringen. Khans Rolle als YouTube-Erzieher wird sicherlich sowohl das Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung als auch die Diskussion um Lösungen für Indiens Bildungsprobleme prägen. Quellen Bildungsministerium Indien Khan Academy Autor Anita Farke Mittwoch, 17. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.